UNTERTITELUNG Und so betraten sie unsere heilige Stadt. Die Helden, deren ruhmreiche Namen die Intriganten im Blut jener tragischen Feier in Uldar ertränkten. Festen Schrittes gelangten sie an das Tor. Auf der Suche nach neuen Verbündeten und einem neuen Anfang. Ischgard, hoch im Norden, von den eisigen Gipfeln von Kertas umringt. Der Stadtstaat wird von der päpstlichen Kurie regiert und seine Bewohner huldigen der Kriegsgöttin Halone. Vier Adelshäuser führen mit vereinten Kräften einen Krieg gegen die blutrünstigen Drachen, die die heilige Stadt ständig bedrohen. Einen seit tausend Jahren währenden, zermürbenden Krieg. Der Drachenkrieg. Lange Zeit war das Tor des Urteils fest verschlossen. Doch öffnete es sich nun für die Kriegerin des Lichts und ihre Gefährten. Noch ahnte niemand, was die Außenseiter in der altehrwürdigen Stadt ins Rollen bringen würden. Etwas, das sie in ihren Grundfesten erschüttern sollte. Hele Adelshäuser Und als er untertitelt. Der Drachenkrieg. Das ist eine große Leitze. Untertitelung. BR 2018 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 Die Gesanden des Bundes der Morgenröte sind eingetroffen. Da sind ja meine Gäste. Ich hoffe, eure Reise hat euch nicht zu sehr erschöpft. Ich, Edmond Fortin, heiße euch willkommen. Es ist mir eine Ehre, euch in den Hallen meiner Ahnen begrüßen zu dürfen. Die Freude ist ganz meinerseits, Graf Fortin. Ich danke euch für den warmherzigen Empfang. Aber nicht doch. Ich bin es, der zu danken hat. Und zwar im Namen aller Bürger Ischgards. Es stimmt wohl, dass das kriegsgebeutelte Ischgard seine Tore am liebsten fest verschlossen hält. Ich für meine Wenigkeit bin aber überzeugt, dass wir in unserer Lage Hilfe von außen bitter nötig haben. In der Kurie und den anderen Häusern gibt es Personen, die euren Besuch mit Argwohn betrachten. Aber glaubt mir, ich werde alles tun, um die Zweifel zu zerstreuen. Vielen Dank für eure ermutigenden Worte, Graf Fortin. Zwar ist unsere Zahl klein und unsere Handlungsfähigkeit beschränkt, doch wir werden uns bemühen, euch nicht zu enttäuschen. Nun denn, ich schlage vor, dass ihr euch erst einmal in Ischgard umseht, um euch mit eurer neuen Umgebung vertraut zu machen. Über das weitere Vorgehen lässt sich auch später noch sprechen. Also, ich schlage vor, dass ihr euch noch nicht zu sehen habt, dass ihr euch noch nicht zu sehen habt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.